Fitline hat ja jetzt bereits über eine sehr lange Zeit bewiesen, dass sie sehr gut sind in diesem Bereich, dass ihre Produkte einwandfrei sind. Sie stehen auf der Kölner Liste und das ist für uns das Entscheidende. Der Vorteil bei Fitline ist, dass ihr Mundsystem dadurch stärker ist. Man spürt das einfach, weil man mehr trainieren kann. Ich nutze schon jahrelang diese Produkte Ich habe viele Fitline Produkte ausprobiert. Meine Lieblingsprodukte sind vor allem Restorate und Monagen. Mit dem Power Cocktail morgens nach dem Aufstehen gibt man eine richtige Energie vor dem Training, ist sehr verträglich vor dem Training für den Magen und schmeckt sehr sehr lecker. Der österreichische Skiverband will sauberen Sport. Das war sicher ein ganz wichtiger Grund für uns, mit Fitline diese Partnerschaft einzugehen. Darüber hinaus ist Fitline einfach vom Ruf her eine Top-Firma. Mit der Nahrungsergänzung sind wir seit vielen, vielen Jahren vertraut. Wir verwenden sie während des Trainings, davor und danach. Mit 70 habe ich mir sehr viel vorgenommen. Da will ich alle drei Weltmessertitel auf verschiedenen Strecken holen. Ich denke, ja, das schafft man nur damit. Die Fitline Produkte sind innovativ, die sind wirksam, aber eben auch die schon angesprochene Kölner Liste und natürlich das Image in der Szene und die Begeisterung, die die Athleten uns zurückgespiegelt haben. Myrna Jen und Fitnessdrink sind beide großartig. Sie unterstützen mich bei der Flüssigkeitszufuhr, der Regeneration und meiner Leistungsfähigkeit. Auch ich persönlich bin langjähriger Nutzer von Fitline Produkten. Die Spielerinnen und Spieler nehmen die Fitline Produkte sehr gerne an. Insbesondere Power Cocktail, den Activizer, Restorate und bin glücklich Partner von Fitline zu sein. Das ist nochmal der extra Push, den ich kurz vor dem Match nehme. Unser Restorate, das hat, denke ich mal, meine Karriere einfach verlängert. Mit der Einnahme dieses Produkts, aller spätestens zwei Wochen später, waren die Probleme, die ich vorher hatte, ja wie weggeblasen. Mein Lieblingsprodukt ist Restorate, obwohl es schwierig ist, eins auszuwählen, weil ich sie alle liebe. Und das ist mein Lieblingsprodukt. Es gibt mir viel, viel Energie mit dem Unergehen und dem Sportsdrink und ich fühle mich so, als könnte ich immer weitermachen. Restorate, eins der wichtigsten Produkte in Kombination mit dem Activize. Wirklich klasse, die Produkte, kann es nur jedem weiterempfehlen. Activize, Basic und Restorate, was ich am meisten liebe, ist Activize und Restorate. Die geben mir Energie morgens und ich liebe Restorate zur Erholung. Da kann ich mich toll regenerieren und am nächsten Morgen bin ich fit. Ich nehme die Fitline-Produkte seit 2006. Es hat mir immer sehr geholfen, sei es im Training, sei es neben dem Training, dass ich so verletzungsfrei bis jetzt Bob fahren konnte. Ja, das sind die aufregendsten Produkte und die besten Produkte, die ich nie zuvor ausprobiert hatte. Den All-in-One Pro Shape, Vanillegeschmack bei mir, der schmeckt mir im Westen. Und ja, die Fruchtriegel, die gibt es immer mal zwischendrin, im Winter auch. Nice. Tolle Nachrichten. Ich habe gerade den Gänzheim-Teiple-Mixed gewonnen und möchte mich bedanken bei allen von Fitline, dass sie so tolle Produkte herstellen. Nee, da ist die Produktpalette von PM auch richtig gut. Und wenn das alles zusammenkommt, dass man zuverlässig, in jeder Hinsicht zuverlässig zusammenarbeiten kann, dann ist das eine gute Zusammenarbeit. Bereits mehr als 500 Millionen verkaufte Produkte. Und weltweit nutzen über eine Million Kunden Fitline. Profitieren auch Sie davon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.